Herzlich Willkommen zu Medien 2 Ja, ich hab ja Nachrichten bekommen auf ähm, die, äh, auf aktuelle Medien 2 Let's Plays wieso wurde ich jetzt gekickt? Scheiße ähm, ja, und da sollte ich beantworten, also da sollte ich wurde mir konstruktive Kritik das war, dass ich erst wieder spielen sollte, wenn ich ähm, über 30 bin oder was da stand das finde ich jetzt ja, ich weiß nicht bin ich eigentlich ein bisschen scheiße ich kann das mal machen, dass ich zwischen den Plätzen immer wieder kurz online bin was weiß ich, wenn ich jetzt gerade keinen Bock auf aufnehmen hab aber dann wird das nicht so irgendwie 20 Level höher sein, sondern vielleicht 1 oder 2 ich hab mich jetzt immer wieder eingeloggt und, ja, fangen wir gleich mal an ich hoffe, meine Stimme geht jetzt wieder so laut und dass der Ton nicht wieder meine Stimme übertrumpft wir müssen noch an Aufträgen machen das beste Kochbuch Wolfstam haben wir schon, müssen wir nur noch wegbringen dann brauchen wir Eisenerz Buch von den Wildhunden Bären, Galle und Roh Lehm, haben wir schon Lehm Lehm, Lehm, Lehm Lehm sieht schlecht aus, Lehm Rote Keiler brauchen wir dafür machen wir uns gleich mal auf die Suche und hier sind auch gleich mal wieder welche nämlich den Bogen und versuche dann nur hier mal ein bisschen zu pullen nehmen wir die, die, die die und dann vielleicht noch den nach hinten und den und die da die da so, dann nehmen wir das und überrollen die ganzen Meute machen so das wäre nur noch einfach auch ein Lehm, gib sofort Lehm raus Elfenbeinanzug kann der was? erstmal unser ganzes Geld hier insummen da hinten sind wir Beera der ist der Anführer auf einen verfluchten Bären und der sieht hier Level 33 Stufe 4 der ist extremst stark den sollten wir lieber nicht angreifen brauchen davon noch hungrige Bären haben wir kein Leben also scheiße na was soll's da hinten kommt einer können wir mal als Freund hinzufügen und beitreten vielleicht will er mit uns ein bisschen kämpfen ja, passt doch doch obwohl wenn die nicht in unserer Nähe sind dann bringt das ja eh nichts, oder? egal so, erstmal hier wieder ein paar Mops anziehen vor allem war das ja mega einfach da können wir jetzt ja genau grob hat sich aufgelöst hätte ich eh in Beabsichtigung gestellt so wieder das und dann da drüber rollen während wir ein paar Tränke schlucken und hier ordentlich drauf kämpfen Spinnensperre haben wir da gerade gedroppt so, der Bär lebt noch stirbt Bär und der Wolf natürlich so schön droppen und wir sehen schon das Geld hier steigt rapide wenn wir jetzt so viel farmen Spinnensperre und ein Speer haben wir auch und ein Elfenbeinerzug den haben wir auch an, aber wir haben dann plus 4 an so, dann werde ich vorschlagen die wieder ein bisschen farmen da hinten die Grauwölfe die Bären die hungrigen Keiler die Grizzlybären und den so und dann ein bisschen drauf schlagen zack zack oh falsche Tasterdrückung auf alt oh nein, jetzt kommen die auch noch stirbt Bär so stirb bam und da kommen direkt schon mehr sollen uns recht sein so dann können wir nochmal einladen hier in unsere ne Bär nicht, der ist zu stark zack und dann das Schwert ne ne, der Schwert so und dann ein bisschen drauf kloppen zack und natürlich das ganze Yang einsammeln wir haben ja den Biologenauftrag erfüllt da haben wir auch wieder diese geile Hupfer Kupferhalskette gekriegt sehr nett so und Status ab ich würde sagen wir erhöhen Verteidigung nein, nein, nein nichts wäre, nein da laufen wir drauf vorbei ja, das ist doch wieder schön hier dann nehmen wir den Bogen und zack 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 und dann noch die Graubwürfel Und schon haben wir gleich 36k. Oh, der ist sogar in der Gilde, Parasonic. Cool. Ghost Weekend ist ein Spiel, ne? Nur mit H wird das dann geschrieben. So, ganz gut, dann habe ich gehört. So, zack. Gläfe haben wir getroppt und ein Bambuschwert. Und wir haben den Wolfsterm erhalten. Bambuschwert, Gläfe, Spinnenschwert droppen hier richtig gut. Zwei Wolfstermo brauchen immer noch diesen verdammten Leben. Und das Schwert schnappen und dann hier einmal drauf kloppen. Und währenddessen immer schön Yang einsammeln. Sehr gut. So, dann beende ich mal den Part. So, dann beende ich mal den Part. So, dann wird das. So, dann wird das.